Ja meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich wieder ein Tauschpaket und zwar mit der lieben Nestlé an. Sie hat auch einen Kanal, werde ich oben bei den Knie verlinken und unten, wenn ich das nicht wieder vergesse. Und ja, sie hat mich gefragt, ob wir gerne ein Tauschpaket machen würden mit Süßigkeiten. Und ich habe ja sofort Ja gesagt. Ich liebe Süßigkeiten, wie ihr wisst. Aber momentan verzichte ich ein bisschen drauf. Aber meine Familie wird mich schon hier unterstützen. Das ist das gute Stück. Und ich werde auch nicht so viel naschen, weil für den Urlaub möchte ich ein bisschen, ihr wisst schon. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Video. Oh süß hat sie das hier eingepackt. Moment doch. So. Alles in ein Geschenkpapier. Wie Weihnachten. Ja. Schön, ne? So. Ich lese mal vor. Ich habe leider keine Karte reingetan. Ich hatte das vergessen zu kaufen. Und zu Hause hatte ich nichts. Ich hatte das in den Karton oben geschrieben. Tut mir leid Süße. Nächstes Mal dann. Oh wie schön. Schaut mal. Ich liebe Gelbe. Wie heißen die Blumen? Gemini, ne? Oder? Gemini, glaube ich. Ich liebe diese Blumen. Meine Lieblinge. Schön, ich freue mich. Dankeschön. Ich hoffe, ich darf das vorlesen. Hallo, liebe Vera. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir uns gegenseitig leckere Süßigkeiten zukommen lassen. Ich auch. Bin gespannt, wie du mein Paket finden wirst. Ich freue mich schon auf dein Paket. PS. Wir beide sind ja Stier und deshalb passt das Thema so gut zu uns, da wir Essen lieben. Genau, das stimmt. Ich esse für mein Leben gerne. Die begrüßen dich und deine Familie. Deine Nestle. Oh, wie süß. Dankeschön. Ja, ich freue mich so. So ist es geschrieben. Ja. Ich freue mich. So, jetzt machen wir das Paket auf. Ah, wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Sie hat mir leckere türkische, sie wollte ein bisschen, aber hat nicht mehr reingepasst. So. Oh, wie schön. Türkische. Ah, ich liebe schon hier ein bisschen was. Na ja, machen wir mal auf. Leckere Kekse mit einer Marshmallow-Füllung. Ja, das habe ich noch nie gegessen, aber habe ich schon bei den Türken, weil ich gehe auch manchmal da einkaufen gerne. Ich kaufe da gerne Sonnenblumen, gerne geröstete und gesalzen. Aber das habe ich noch nie gegessen. Leckere Kekse mit Marshmallow-Füllung. Ja. So sieht das aus. Spiegelt ein bisschen. Da sind fünf Stück drin. Lecker, lecker. So, das kenne ich schon. Das esse ich total gerne. Gibt es auch bei Kaufland oder sonst. Und knüpfige Sesamstangen. Wir lieben das alle. Zuhause. Süß, ne? Von Ulka. Ja. 40 Gramm drin. Ja. Schön, cremig. So. Weiter geht's. Pizza Cracker. Ich liebe solche Snack-Sachen. Ja, ich habe bloß Süßes. Weil du sagst Süßigkeiten. Ich wollte eigentlich das auch so ein bisschen ähm... Ich wusste nicht, ob das Salziges auch zu Süßigkeiten gehört. Deshalb habe ich bloß Süßes reingepackt. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Aber lecker. Ich liebe sowas. Dankeschön, meine Liebe. Ja. Wollen wir mal probieren? Eine nur. Weil ich kann nicht ohne. Und das ist noch in Erzform. Oh, wie schön. Schaut mein Herz. Oh. Sind die lecker. Oh Mann. Nur zwei. Sehr lecker Nestle. Ich liebe das. Ich liebe sowas. Dann Schokoladen. Bisschen gelitten hatte er. Bisschen krumm. Aber Hauptsache es schmeckt. Von Etty. Das ist mit ähm... Pistazien. Und ich liebe auch Pistazien. Pistazien. Äh... Schokolade. Hm. 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 Ah, ich kann nicht. Ich darf das nicht. So. Opala. Dann Mini-Schokolade-Brownie-Keks. Oh Mann. Ich wollte die auch ein paar Portugieses sagen. Aber da wir hier nicht so... Wir haben einen Supermarkt, wo so portugiesische Sachen verkaufen werden. Aber diesen Tag, wo ich... Ich konnte da nicht nur mit dem Auto und meinem Mann arbeiten. Deshalb habe ich bloß eine Sache, die ich zu Hause hatte. Aber vielleicht nächstes Mal. Und schaut mal, wie lecker die aussehen. Hm. 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 Schaut mal mit Füllung. Oh Mann. Von Etty auf. Neun mal zwanzig Gramm. Ich krieg schon... Ich krieg schon hier. Anfall. Wenn ich so leckere Sachen sehe. Sehr lecker. Nur Schokolade. Ja. Ähm... Hier sieht man, dass du Schokolade liebst. Ja. Von Biscram auch dieselbe Marke wie hier. Ne. Das andere. Ulca. Ulca. Kakao. Kekse. Biskuit mit Kakaofüllung. Oh Mann. Einer sieht besser als die anderen. Ich werde aber die probieren. Nur ein bisschen. Nur für euch dann. Wenn ich ein Kilo mehr habe, dann ist eure Schuld. So. Schaut mal, sieht so aus. Ich freue mich auf die anderen als die anderen Sachen nehmen. Schaut das aus. Mhhhhhhh. Ich liebe das. Mmhhhh. Ich werde dann mit meinem Mann den Nesli county Sachen vor euch kosten. Kann ich gerne machen. Mmhhhh. Sehr lecker Nesli. So, dann von Ulka Elbeni. Auch wieder mit Karamell und Schoko. Ich liebe Twix. Sachen mit Karamell liebe ich sowieso. Ich habe bloß zwei Sachen und ich werde nichts mehr probieren, weil sonst ist nicht gut, über meine Linie. Die hatte ich euch schon gezeigt, mit Karamell. Dann hier noch Mola von Etty. Und zwar steht hier was geschrieben, nicht auf alles, auf manchen. Passt super zu einem leckeren Schwarztee. Ja, ich trinke nicht gern Schwarztee, aber Grüntee. Das ist so wie Oreo Keksen. Das esse ich auch gerne, aber habe ich nicht gefunden. Und hat auch nicht mehr reingepasst. Ich hatte so viel kaufen können, aber echt. Oh Mann, sehen die lecker aus. Ja, sehr gut. Werde ich ein Verkostungsvideo machen mit meinem Mann. Wir testen türkische Süßigkeiten. Ist auch mal ein gutes Thema. Für abends beim Fernseher. Mikrowelle Popcorn süß. Naja. Ich liebe eigentlich salzige Popcorn, aber ich werde eins probieren und den anderen gebe ich meine Kinder. Ich hoffe, ist kein Problem. Ich mag keine süße Popcorn. Ich mag salzige Popcorn. Aber danke. Okay. So. Dann hier noch so Schokolade. So mit Keks. Irgendwas. Füllung. Ich kann da nicht auslesen, weil da alles auf türkisch hießt. Ölka Schokolade. Auch sehr lecker. Oh, wie süß sie sind. Das wird deine Kleinen bestimmt schmecken. Ist für meine Kinder. Oh, wie süß. Schaut mal, da sind Kleine. Sie hat insgesamt sechs Stück reingepackt. Das ist so Mini-Donuts mit Schokolade oder Marshmallow. Ja. Schaut mal, wie schön das aussieht. Mmh. Lecker, lecker. Dankeschön, dass du an meine Kinder gedacht hast. Ich freue mich. So, der letzte Produkt jetzt. Eine große Packung. Ich weiß aber nicht, was das ist, weil kenne ich nicht. Ein Träumchen, was auf deine Zunge zergeht. Schaut mal. Was ist das? Achso, Papier. Schaut mal. Schaut mal. So sehen die aus. Ja. Mein Licht ist irgendwie. Sonne ist weg. Ich filme heute mit Softbox. So, ihr seht. Schaut mal, wie das aussieht. So sehen die aus. Hier. Sind sehr lecker aus. Mit einer Füllung. Coton Candy. Mit was ist da drin? Kann ich nicht sagen. Kann ich auch nicht lesen. Mal schauen. Andere Sprache. Spanisch oder Portugiesisch. Aber ist nicht drauf. Türkische Zuckerwatte mit Vanillegeschmack. Ja, ich mag eigentlich keine Vanille. Aber werde ich trotzdem probieren. Eine ist schon kaputt gegangen hier. Aber mein Mann liebt Vanille. Und er wird sich freuen. Aber ich werde es eins probieren. Ich werde dann dieses Verkostungsvideo machen mit meinem Mann. Stimmt gerne. Ich glaube, es gibt keine Abstimmung mehr. Aber schreib es mir unten, wenn ich das machen soll. Ein Verkostungsvideo. Wie ich testen türkische Süßigkeiten mit meinem Mann mache. Und ich freue mich. Und ja. An dich, liebe Nestlian. Ich bin so glücklich, dass wir ein Tauschpaket gemacht haben. Ich freue mich riesig. Und ja. Ich glaube, das wird mir alles schmecken. Und ich hoffe dennoch. Meine Sachen haben dir auch gefallen. Mein Paket war nicht so groß wie deins. Aber ich hatte bloß den da. Und nächstes Mal können wir uns dann größere Pakete uns zuschicken. Würde mich auch riesig freuen. Und ja. An dich. Daumen Dank. Ich freue mich. Und ja. An alle anderen. Bitte, wenn ihr mögt, ein Nimmchen da lassen. Dann weiß ich, dass ich in Zukunft mehr Tauschvideos, Tauschpakete machen möchte oder kann. Und ja. Ich bin schon am schwitzen. Obwohl wir heute 20 Grad haben. Aber ich schwitze immer so. Und mein mittenhoffener Haar sowieso noch mehr. Und ja. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Und ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein bei meinem Video. Tschüss. Mach's gut.